Herzlich willkommen Ladies and Gents zu uns zu KISS. Mein Name ist Gizem und heute bei uns Summer Jam. Was geht ab, was geht ab? Na, wie geht's dir? Alles gut, bei dir? Auch gut. Wie kommst du eigentlich so mit dem Summer, den wir gerade in Deutschland haben, klar? Siehst auch so sommerlich aus. Ich bin der Florida Rolf. Der Florida Fatih. Ne, ich bin, ich komme quasi mit dem Koffer, aus dem ich aus der Türkei gekommen bin. Bin ich gerade nach Berlin gekommen und deshalb, ich habe noch so diese Türkei-Strandklamotten. Gefälscht oder echt? Klar, gefälscht, man. Ich kaufe doch keine originalen Klamotten. Nicht aus der Türkei, oder? Diese Rolex, warum soll ich hier 15.000 Euro bezahlen, wenn ich die für 15 Euro haben kann? Ich habe bei Insta so ein bisschen angegeben, dass du in ein paar Tagen hier bei uns vorbeischauen wirst und deinen Fans gesagt, die dürfen gerne irgendwie eine Frage oder so, wenn sie an dich haben, stellen. Und die erste kommt von Justin169 und er fragt, was war eigentlich dein allererster Rappername? Siki Jackson. Und warum heute nicht mehr Siki Jackson? Das wurde dann zu wild. Dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich für immer Siki Jackson heiße, dann würde mich wahrscheinlich KISS FM niemals einladen. Dann habe ich gesagt, weißt du, Sabatjam tut es auch. Space Jam wäre noch eine Alternative oder Traffic Jam. Hast du dir den Namen Siki Jam selber damals gegeben oder wurde er dir gegeben? Der wurde mir gegeben. Wenn du mir schon so eine Vorlage gibst. Also ja, oder? Ja, der wurde mir gegeben. Warum? Ich will nicht näher ins Detail gehen. Auf jeden Fall wurde der mir gegeben. Okay, aber man kennt dich ja auch vor allem als Summer Jam. Der wurde ich immer. Du hast ja auch auf jeden Fall den großen Namen mit Summer Jam gemacht. Vor allem aktuell, dein aktuelles Album Endstufe ist auf Platz 1. Tamam, tamam ist ja auch richtig durch die Decke gegangen. Wurde ja auch zum Beispiel in der Türkei andauernd überall gespielt. Soll ich das nochmal machen? Nein, mach weiter, mach weiter. Okay, genau. Jetzt hast du mich aber nur gerade rausgebracht. Nein, also es wurde vor allem in der Türkei überall gespielt, aber auch hier. Genauso Casanova mit Bousa. Also eins nach dem anderen. Wie nimmst du das aktuell so wahr für dich? Ich freue mich natürlich darüber, dass das so viel Anklang bekommt. Ich habe schon beim Produzieren so ein bisschen, war ich euphorisch, aber bei vielen Dingen hatte ich halt auch noch ein Fragezeichen im Kopf, ob das hier so, ob die Leute schon so weit sind quasi, das zu feiern. Aber hat alles super funktioniert. Meinst du, was den Sound betrifft jetzt, oder? Ja, voll, was den Sound betrifft. Was gibt ja so, weiß ich nicht, zum Beispiel der Song Alles vorbei. Das war so ein Song, wo mir viele Leute gesagt haben, ey, glaub mir, den feierst nur du, das kommt dir nur so vor und bla und blub. Oder den feiern nur wir, also auch quasi die Leute, die den mitproduziert haben. Aber am Ende des Tages ist es wohl doch nicht so, dass es so zu beschränkt ist, weißt du? Die Leute sind auf jeden Fall schon auf diesem Trap-Film auch. Voll, also gefühlt wirst du zurzeit überall gefeiert. Das ist so einfach der Hype deines Lebens, oder? Deiner Rap-Karriere. Bro, wenn du das sagst, Gisem, dann wird es wohl so sein. Weiß nicht, fühlt sich das für dich auch so an, oder? Doch, doch. Fühlt sich schon auf jeden Fall sehr gut an. Fühlt sich wahrscheinlich auch größer an als denn je, aber alles easy. Ich meine, die letzten drei Dinge sind alle sehr gut gelaufen. Und dadurch, dass es bei mir so eine Entwicklung ist, die Step-by-Step kam, bin ich auch noch nicht abgehoben. Wir können ganz normal dieses Interview hier machen, ohne dass ich dir hier irgendwie Filme auf dich mache. Von daher alles easy. Sehr gut. Die nächste Frage passt auch ein bisschen dazu von Bausteller99. Der möchte gerne wissen, wie dein Kontostand aktuell aussieht. Jetzt, wo gerade alles so gut läuft. Minus. Immer Minus. Quatsch. Du musst Minus sagen. Wenn du Plus sagst, dann wollen die Leute irgendwas von dir. Minus. Ja, genau. Dann machen die Augen, dann wirft einer ein Auge und dann hast du den Salat. Okay, wie viel Minus? Viel, oder? Ja, sehr viel. Sehr viel Minus. Also in den nächsten Jahren auch noch Minus. Womit macht ihr Rapper eigentlich so das meiste Cash, wenn man mal so fragen darf? Also ist es eher so Spotify, YouTube oder sind das wirklich so Live-Auftritte? Boah, kommt drauf an. Ich glaube, das ist auch von Künstler zu Künstler anders. Es gibt auch so Künstler, die machen Auftritte und dann machen die so für 50 Euro VIP-Ticket. Dann kannst du noch so Fotos mit denen machen und so vielleicht damit. Keine Ahnung. Es gibt so... Jeder hat so sein anderes Feld. Der eine ist stärker am Streaming, der andere ist live stärker. Ich würde sagen, gefühlt sind die neueren Artists im Streaming stärker. Und die, sag ich mal, die etwas älteren haben wahrscheinlich ein besseres Live-Geschäft. Du gibst dein Geld aber auch gern für Schmuck aus, ne? Ich sehe schon Goldkette, Goldarmband, Rolex. Ist alles gefälscht. Ist nur vergoldet. Aus der Türkei noch mit Gold? Ja, ja. Aus der Türkei. Von der Kirmes hier. Vom Jahrmarkt. Ergin7T fragt, wann kommt ein Banger-Sampler oder ist überhaupt einer geplant? Da stammt man so im Raum. Wir sollten sogar, ich glaube, diesen Sommer hätten wir jetzt in Los Angeles den aufnehmen sollen. Aber ich weiß nicht, was dazwischen gekommen ist. Aber es ist auf jeden Fall mal gefallen. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt anders überlegt hat, aber ich würde mich auch freuen. Aber apropos Banger-Sampler. Danny, 1898, fragt, was du dazu sagst, dass Casey von Banger gegangen ist, der jetzt nicht mehr dabei ist. Ja, Casey bleibt ja trotzdem immer in unserem Umfeld. Und das sind jetzt so vertragstechnische Sachen. Da muss man jetzt nicht so viel reininterpretieren. Weiß man eigentlich schon, wo es jetzt mit ihm hingeht oder was passiert? Ich weiß es selber nicht. Das sagst du ja natürlich hier im Interview. Wir machen gleich Mikrofon aus, dann sag ich es nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht ein eigenes Label aufmacht. Könnte sein, ja. Könnte auch sein, dass er irgendwo anders gesigned hat. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass er bei einem anderen Rap-Label gesigned hat, aber vielleicht bei einem Major. Ich weiß es nicht. Okay, kommt eigentlich ein zweiter Teil von Maximum, fragt Attila305. Bei Casey ist leider nicht hier, sonst hätten wir solche Anrufungen, kurz fragen, ob wir das machen. Ja, lass den Anrufungen. Rufen jetzt mal Casey an. Ey, wer hat mein Handy? Wer hat zusammen mit deinem Handy? Gib mal meinen Dienst. Gib mal meine rote Balenciaga-Tasche für 800 Euro. Bitteschön. Okay. Kollabo war 2016, ne? Maximum? Ne, 2017. 2017 sogar, genau. Stimmt, so lange ist gar nicht her. Stimmt. Casey Rebel wird jetzt angerufen, um zu fragen, ob Maximum rauskommt. Jo, Bruder. Hey Bruder, Bachele, ich bin gerade im Interview. Hi, Casey. Hier ist die Gisem von KISS-FM. Kennst du die noch? Ja, ja, ich kenn die. Was geht? Na, alles gut? Alles gut bei dir? Was machst du? Ja, auch, danke. Ich interview hier gerade Summer. Und wir haben eine Fanfrage von Danny1898. Der möchte gerne wissen, Quatsch, Attila305. Kommt ein zweiter Teil von Maximum. Oh, das ist ein ganz gefährliches Thema. Ich wusste schon, warum ihr mich anruft hier, wenn es um Fanfragen geht. Das ist ein ganz gefährliches Thema. Ich lasse das Wort bei Jan. Aber der hat dich jetzt extra angerufen dafür. Ich habe gesagt, ich kann das selber nicht verantworten, Bruder. Ich muss dich vorher erstmal anrufen. Ich weiß nicht, ob das Trommelfell der Menschheit dafür bereit ist. Wir müssen erstmal ein bisschen warten. Notland. Bord, du mein Bruder. Okay, Bruder. Wir hören uns. Okay, Bruder. Okay, Bruder. Ciao, Casey. Ciao, ciao. Ich habe es jetzt einfach mal als Ja verstanden. Ja, könnte sein. Er sagt, es muss noch viel vorbereitet werden. Die Menschheit muss erst mal drauf klarkommen. Aber vorstellbar auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Max Wuck fragt, kommt danach was mit dir und Kappi oder ist noch nichts geplant? Boah, wir haben jetzt nichts geplant, aber bestimmt, warum nicht, klar. Kappi ist ein geiler Typ. Mal eine etwas andere Frage. Baris BGL möchte Beauty-Tipps von dir haben. Er fragt nämlich, wie du deinen Bart so immer machst. Hast du so eine bestimmte Routine, eine Bartroutine? Boah, ich habe gar keine Bartroutine. Ich sage dir eine Sache. Ab und zu mal mit Shampoo. Aber jetzt auch nicht. Bart Shampoo oder ganz normales? Ganz normales, Mann. Was für ein Bart Shampoo. Das ist doch alles verarscht. Und es gibt so Öl, aber ich habe das alles nicht. Ich gehe zum Friseur, der macht das alles und ich habe zu Hause nicht mal irgendwie. Früher habe ich mich noch so selber rasiert, aber seitdem ich jetzt dreimal nacheinander auf eins gegangen bin, was soll ich mich da selber rasieren? Macht man nicht mehr. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Marvin möchte wissen, hast du vor, weitere Alben zu bringen nach Endstufe? Nee, ich wollte aufhören. Ich glaube vielleicht, weil der Titel so ein bisschen nach, ich höre auf Endstufe, danach kommt nichts mehr. Hast du das so verstanden? Ich nicht, nö. Das ist doch einfach nur Maximum Endstufe. Ey, wenn dir ein Wort einfällt, was danach kommen könnte, sag mir Bescheid, dann habe ich nämlich neues Album. Aber ist ja gut, dann haben wir es hier schon mal geklärt. Auf jeden Fall Endstufe nicht irgendwie dein letztes musikalisches Zeichen. Nein. Sauerjam, es fängt schon mal gut an. Du darfst hier von meinem Stoff ziehen. Eine Karte ziehen, mir geben, ich lese dir vor und du musst die Frage beantworten. Ich lese es für dich vor. Ach so. Was ist das absolut Lustigste, das dir einmal im betrunkenen Zustand passiert ist? Boah, ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist. Ich bin mal Auto gefahren. Ich bin mal besoffen Auto gefahren, das war echt gefährlich, man. Ich bin eigentlich ein guter Autofahrer, auch im besoffenen Zustand. Kein Problem. Nicht, dass ich besoffen fahre, aber ich habe es mal gemacht. Nicht zu Hause nachmachen? Nee, auf keinen Fall. Wirklich nicht. Und irgendwann habe ich nichts mehr gesehen. Das war schon so krass, dass ich mitten auf der Kreuzung so quasi gehalten habe. Und das war in der Türkei war das. Deshalb war ich auch noch ein bisschen gechillter als in Deutschland. Und dann habe ich irgendwann so, das war so eine Kurve. Und mir ist von der Kurve schlecht geworden. Ich habe so viel getrunken, dass ich dann einfach stehen geblieben bin, ausgestiegen bin und mich übergeben habe. Und die Leute haben das aber voll gesehen. Nee, es war voll besoffen. Das war nicht lustig, aber das war auf jeden Fall krass. Also mitten auf der Straße kurz gehalten, gekotzt und dann weiter? Das war so Pasarriere, so links hier, so türkischer Markt. Aber danach konntest du ein bisschen fahren, oder? Danach ging es dir besser. Ja, danach war ich da wieder fit, Mann. Wieder ausgenüchtert. Ja, klar. Letzte Frage. Würdest du mit deinem Partner sofort Schluss machen, oder mit deiner Partnerin sofort Schluss machen, wenn sie dir untreu war? Rhetorische Frage, oder was ist das? Natürlich, Mann. Sofort. Hast du schon mal Schluss gemacht? Ich bin der Schlussmacher. Der Zerreißer. Ja, klar. Wie machst du so in der Regel Schluss? Rufst du an, oder treffst du dich? Ich habe ja noch nie eine Beziehung gehabt, dass ich Schluss machen kann. Noch nie eine ernsthafte Beziehung gehabt? Genau. Vielleicht mal langsam Zeit. Nichts, was man nicht über eine SMS oder einen kurzen Kommentar auf Facebook regeln könnte. Also nichts Tiefergehendes? Nee. Okay. Dann, das war's. Gesprächsstoff mit Summer Jam. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.